Bundesliga, neunter Spieltag nach der Champions-League-Woche steht an. Wir haben Top-Tipps für dein Wochenende und natürlich auch wieder ein Gewinnspiel, also unbedingt dranbleiben. Ja Freunde, englische Woche, sehr geile Champions-League-Matches. Jetzt heute Abend, Stand Mittwoch bei der Aufnahme, Dortmund in Newcastle auch sicherlich nochmal ein sehr entscheidendes, spannendes Spiel. Gestern Abend schon, Bayern, absoluter Fight bei Gala, war absolut wild und wir konnten auch richtig abcashen. Neun Wetten hatten wir gestern Abend, acht haben wir gewonnen. Also sehr starke Woche und da wollen wir natürlich jetzt auch bei der Bundesliga wieder anknüpfen. Ich habe hier vier Spiele auf dem Screen, wo ich ein bisschen mit euch reingehen will. Wenn ihr zu jedem einzelnen Spiel eine Tendenz für eine Wette haben wollt, dann kann ich euch unbedingt unseren Podcast ans Herz legen. Dort werden wir über jedes Match sprechen und was am letzten Wochenende an Wetten am Start war. Also wenn du komplett informiert sein willst, unbedingt bei Spotify oder Apple Podcasts reinhören. Wenn dir der Podcast da gefällt, lass uns doch gerne mal eine Bewertung da oder noch einen Kommentar, was wir sogar noch besser machen könnten. Würde uns sehr freuen. Haben richtig Spaß am Podcast und ja, ich denke, es gibt euch jede Menge Mehrwert, wenn ihr da auch die Quoten mitschätzt am frühen Markt am Anfang der Woche und guckt, ob ihr irgendwo anders liegt. Das ist eine super Methode, um Value rauszuholen und gibt euch auch sehr viel Übung, um euren Fortschritt auf jeden Fall noch weiter zu pushen beim Wetten auf die Bundesliga. Wir gehen straight rein, das erste Match. Bayern nach dem Champions-League-Fight zu Hause gegen Darmstadt und ich mache es hier kurz und knackig. Die Bayern werden natürlich hier gewinnen, keine Frage. Personell neuer könnte zurückkehren, wäre natürlich für Darmstadt ein bisschen ärgerlich, wobei es spielt eigentlich keine Rolle. Der Ulreich performt gerade auch super stark, wenn man sich mal den Save anguckt gegen den Seitfallzieher von Icardi beim Spiel gegen Gala, schon richtig stark, was der gerade abreißt. Darmstadt kommt zu Gast, es ist natürlich ein riesig hohes Handicap und ist für uns nicht weiter interessant. Man weiß jetzt nicht, ob die Bayern unbedingt da jetzt abschießen wollen nach einem erfolgreichen Auswärtsspiel in der Champions League. Könnten sie souverän machen, sie könnten auch ein bisschen hochdrehen, schwer zu greifen. Da möchten wir nicht reingehen. Was aber interessant ist, ist Darmstadt und zwar haben die bisher in jedem einzelnen Bundesliga-Spiel tatsächlich getroffen seit dem Aufstieg, außer im ersten. Also das klingt wirklich so, als ob Darmstadt immer wieder zu guten Chancen kommt, aber das täuscht ein bisschen. Ich habe euch hier mal die Expected Goals auf den Screen gehauen, also die Tore, die zu erwarten sind von Darmstadt. Und wenn ihr hier mal oben rechts guckt, dann seht ihr ihre Auswärts Expected Goals und sie spielen sich 0,75 Tore in Chancen. Bei anderen Daten sind sie sogar nur bei 0,5, also irgendwo in dem Bereich liegt es. Und da haben sie auch jetzt nicht so einen starken Gegner wie die Bayern vor der Brust, die sie natürlich hinten reindrücken werden. Darmstadt hat 30 Prozent Ballbesitz, denken wir mal hier. Und außer über den Standard denke ich nicht, dass Darmstadt hier zum Erfolg kommen wird. Die Bayern werden das souverän gewinnen. Ich kann mir gut sowas wie ein 3-0 vorstellen. Und unsere Wette wird hier sein, Bayern gewinnt zu 0. Das kriegt ihr so grob um eine 1,91, 1,92. Superschöne Wette in unseren Augen. Wir denken, in 65 Prozent der Fälle wird Darmstadt hier nicht treffen. Und langfristig macht ihr mit der Wette auf jeden Fall stabilen Gewinn. Kein zu hoher Einsatz, da das natürlich auch immer ein bisschen Varianz und Glück, Pech haben kann, kurzfristig. Denn es reicht ein erfolgreicher Angriff und dann ist der Ball im Netz. Also solche, ein Team trifft nicht wetten, immer ein bisschen defensiver von den Einheiten. Aber langfristig eine schöne Wette. Wenn du immer am Spieltag noch Wetten haben willst, wie in der Champions League jetzt unter der Woche oder am Wochenende, dann unbedingt in die Telegram-Gruppe joinen for free, die unter dem Video verlinkt ist. Da immer Live-Wetten, Tageswetten vom Spieltag und so weiter. Jede Menge Gewinner unbedingt rein da. Wir gehen im Schnelldurchlauf zum zweiten Spiel und das ist das Top-Match um 18.30 Uhr am Samstag. Und ja, Leipzig gegen Köln unter der Woche haben sie ein sehr interessantes Spiel zu Hause. Champions League gegen Roter Stern. Die Medien titeln schon, sie rüsten sich für eine Schlacht. Ja, sportlich ist Roter Stern jetzt nicht das große Hindernis. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass Leipzig das Souverän gewinnen wird. Aber es wird auf jeden Fall eine umkämpfte Nummer. Hochrisikospiel, einige von den nicht ganz so netten Ultras sind am Start von Belgrad. Und ja, es wird aufgeheizt, es wird ein Fight und ich denke, Leipzig wird es am Ende souverän machen, keine Frage. Aber zu unterschätzen ist es nicht und das kostet natürlich auch immer Kraft. So ein Problem hat Köln nicht. Köln kann sich entspannt darauf vorbereiten aufs Spiel. Es läuft allgemein nicht so gut beim 1. FC Köln. Haben jetzt im Derby den Kampf angenommen, haben Gladbach zurecht besiegt. Von den Toren her war es zu viel, aber unterm Strich verdient gewonnen. Gladbach hat überhaupt nichts gemacht und ich würde das jetzt nicht überbewerten. Das war halt ein emotionales Heimspiel und generell hat Köln halt große Offensivprobleme. Wir sehen es hier auch nochmal. Sie spielen sich im Schnitt auswärts 1,1 Tore raus in Chancen und das machen sie halt auch gegen schwächere Gegner. Und Leipzig sehr dominant, die werden natürlich pressen und ich erwarte, Köln wird hier unter einem Tor bleiben in Erwartung. Also ein halbes Tor würde ich ungefähr bei Köln schätzen. Und Leipzig, wir haben gesehen, nach der Champions League können sie schon mal sehr müde sein. Also ich habe euch hier nochmal gezeigt, war ein bisschen unglücklich, dass sie 0-0 gegen Bochum gespielt haben mit ihren verschossenen Elfmetern. Aber nach dem Champions League Spiel gegen Leipzig haben sie auch hier ein 0-0 zu Hause gegen Bochum abgeliefert, waren da so ein bisschen fahriger. Und das kann ich mir hier auch vorstellen, dass sie nach dem Fight gegen Roter Stern, dass das schwer wird für sie. Köln wird beißen, kratzen und physisch sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier nicht so viele Tore gibt, da wie gesagt Köln nicht so ähnlich gefährlich ist und Leipzig wird vielleicht ein bisschen müde sein. Keine vier Tore, hier eine sehr schöne Wette, kriegt ihr so um 1,63 rum. Ist eine solide Wette. Natürlich kann es immer sein, dass Köln bei einem Team wie Leipzig mit der Qualität unter die Räder kommt. Aber sehr schöner Spot hier mit den Untertoren zu gehen, da Köln wie gesagt Offensivprobleme hat und Leipzig ein bisschen müde sein wird. Wir sind heute ein bisschen unter Zeitstress, deswegen habe ich hier jetzt nicht noch eine Folie für euch gemacht. Aber was noch interessant sein kann am Wochenende als Tendenz, ist Leverkusen. Die haben nämlich unter der Woche ein sehr einfaches Heimspiel gegen Kabarak in der Europa League. Und ich denke, da können sie ein bisschen rotieren, haben keine Reise. Und sie haben dann Freiburg am Wochenende zu Gast. Die haben eine extrem anstrengende Reise nach Osteuropa vor sich, international. Und der Kader ist ja auch nicht so breit wie der von Leverkusen. Ich denke, Leverkusen wird einigermaßen geschont sein am Wochenende und Freiburg wird ordentlich was in den Knochen haben von dieser Reise. Also wir könnten je nach Aufstellung mal sehen, wie unter der Woche aufgestellt wird. Und dann am Wochenende könnte sich eine sehr deutliche Wette in Richtung Leverkusen auch im Handicap entwickeln. Gegen Freiburg an diesem Wochenende, das noch als Tendenz. Vielleicht gibt es die Wette noch bei Telegram. Joint rein, dann verpasst ihr es nicht. Wir haben auch noch das Gewinnspiel am Sonntag. Frankfurt-Dortmund, absoluter Knaller. Dortmund unter der Woche jetzt ein sehr hartes Spiel in England. Frankfurt auch, Doppelbelastung. Zuletzt sahen sie wieder verbessert aus gegen Hoffenheim. Könnte eng werden, könnte interessant werden. Haut euer Ergebnis in die Kommentare mit einer kurzen Analyse und einem Torschützen. Und dann seid ihr wieder dabei beim PSF-Cut-Gewinnspiel. Der Gewinner aus dem letzten Bundesliga-Video, Janine Schmidt. Ich gratuliere dir. Lass uns eine E-Mail zukommen mit einem kurzen Beweis, dass es dein YouTube-Account ist. Und dann erhältst du deine PaySafe-Card. Gratulation. Und wie immer noch, ganz am Ende der Shoutout für unsere Tippspiel-Löwen. Success80, Mr. Cäsar, Margo, Sven E., Don Quichotte. Ihr habt euch da oben ziemlich fest gebissen. Starke Leistung, Woche um Woche. Alle anderen, bleibt am Ball. Es ist noch lange nichts verloren. Die Saison ist lang. Und ja, wer am Ende oben steht, ich bin gespannt. Aber wir haben ja schon einige Leute, die konstant jede Woche abliefern. Respekt von mir an der Stelle auf jeden Fall. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Kommentiert das Video, würde mich super freuen. Nächstes Video, NFL, auch schon wieder bald am Start. Es geht Schlag auf Schlag. Viel Erfolg, Freunde. Bis bald. Ciao.